Mann, es ist schon lange nichts mehr passiert beim HSV, aber nun ist es endlich soweit. Ein neuer Transfer wurde bestätigt. Ja, Jonas Bolt hat einen neuen Spieler an Land gezogen und da muss ich einfach sagen, ich bin hin und weg. Denn den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Er kommt von Union Berlin, ablösefrei. Die Rede ist von Levin Öztunali. Der 27-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026, also drei Jahre über. Die Ausstiegsklausel ist noch nichts bekannt, aber ich denke mal, der hat auch einen drin verankert. Im Falle eines Nichtaufstiegs, dass er den Verein verlassen darf, weil er spielt natürlich für den HSV. Erstens, weil er aus der HSV-Jugend kommt, das heißt vor zehn Jahren hat man ihn zuletzt in Hamburg gesehen. Das ist mal eine schöne Rückkehr. Und zweitens, er ist einfach ein guter Spieler. Das haben auch seine Stationen davor auch gezeigt. Union Berlin, Mainz, Leverkusen. Das ist alles kein Fallobst und das sind gestandene Bundesliga-Klubs. Und dass der HSV so einen Typen ablösefrei bekommt, das ist einfach nur heller Wahnsinn. Und ich kritisiere ja oftmals Jonas Bolt, aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Klar, jetzt würden einige sagen, wir brauchen Mehrfahrterersatz und und und. Weil wir eben ja gerade auf der offensiven Bahn eigentlich mehr als genug Spieler haben. Aber Leute, ihr seht das komplett falsch. Klar, er kann auch im offensiven Mittelfeld spielen, aber ich sehe sowieso Levin Öztunali mehr auf dem Flügel. Das heißt mehr so als Konkurrent für einen Bagriata. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach komplett intelligent, weil du darfst einfach in meinen Augen nicht mit einem Bagriata oder mit einem Dom P alleine in die Saison starten. Weil eben diese Leistungen einfach zu schwanken sind. Also mal sind sie wirklich sehr gut, aber mal sind sie auch katastrophal. Und ein Levin Öztunali, der hat einfach diese Erfahrung, der hat einfach dieses Bundesliga-Standing. Und dem traue ich auf jeden Fall alles zu. Jetzt bleibt eben nur die Frage, wie konnte der HSV so einen Spieler ablösefrei bekommen, wenn er doch so Bundesliga erfahren ist. Und ja, 27 Jahre, das ist im besten Fußballeralter eigentlich. Ja, ganz einfach. Levin Öztunali hatte eine sehr, sehr schwere Saison eben in Union Berlin. Hat, glaube ich, nur acht Spielfeldminuten bekommen. Aber ist trotzdem eben einer, der schon oftmals bewiesen hat, dass er Fußball spielen kann. Deswegen, ich glaube daran, dass er beim HSV durchstarten kann. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ihn ein bisschen weiter verheizen kann. Aber ich denke mal, ein Levin Öztunali, der wird auf jeden Fall uns weiterhelfen. Und ich will einfach mal ein bisschen Konkurrenz sehen auf dem Flügel auch. Klar, der kann auch im offensiven Mittelfeld spielen. Aber da sehe ich ihn eher nicht so, sondern eher wirklich, ja, als Bagriata-Ersatz. Deswegen, ich bin hin und weg von diesem Transfer. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ey, ich spinne, wo ich das jetzt gelesen habe. Aber ja, ey, ein Spieler, der einen Marktwert hat von 1,2 Millionen mit so einem Standing im besten Fußballeralter. Endlich mal nicht so einen jungen Spieler. Versteht mich nicht falsch. Ich bin einer, der Talente wirklich fördern möchte. Aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall auch Erfahrung. Die haben wir mit Levin Öztunali jetzt auf jeden Fall in unseren Reihen. Und ich weiß auch nicht, ich bin heiß auf die neue Saison wie Frittenfett. Außerdem scheint die Verpflichtung von Noah Katterbach ja nur noch Formsache zu sein. Also da bin ich auch auf jeden Fall positiv gestimmt. Dann haben wir auf der linken Außenbahn eigentlich auch schon alles im Soll. Ich meine, Nurheim wird bleiben. Dann haben wir mit Katterbach noch einen zweiten LV. Das heißt, wo brauchen wir auf jeden Fall noch Verstärkungen? In meinen Augen braucht der HSV noch dringend drei Transfers. Einmal im zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Wir brauchen einfach so einen Box-to-Box-Spieler wie einen Jonas Meffert. Klar, wir haben dann jetzt einen Haya eigentlich auch noch dazu. Weil einen Haya sehe ich einfach nicht auf der Rechtsverteidiger-Position. Kommen wir auch zum zweiten Transfer. Auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger. Um Gottes Willen, wir können nicht einfach nur mit Mikkel Bronzis in die neue Saison starten. Und wie gesagt, mit Haya will ich nicht die Saison bestreiten als Rechtsverteidiger. Das hat mir letzte Saison schon gereicht. Und der dritte letzte Transfer, den ich mir eben noch wünsche, ist noch ein Innenverteidiger. Weil, ja, mit Jonas David darfst du einfach nicht in die Saison starten. Auch zu schwankende Leistungen. Sebastian Schonlau, okay, ist okay. Aber, ja, auch ein Ramos, der muss sich erstmal wieder erholen von der Verletzung. Und der ist auch nicht so ein unglaublich starker Stammspieler. Der muss sich erstmal noch beweisen. Deswegen, auf diesen drei Positionen, da wünsche ich mir noch Transfers. Also, Jonas Bolt, jetzt, du hast noch ein bisschen Kohle über von Kühne. Also, mach was draus. Aber jetzt am Ende seid natürlich, wie immer, ihr gefragt. Ja, was haltet ihr vom Transfer von Levin Öztunali? Findet ihr ihn gut oder schlecht? Ich sage, ablösefrei, super, hammer, geil. Und, ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Spieler haltet. Ja, gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.